verdammt ne durch 60 nacht bin ich hier wieder auf arbeit ich weiß aber nicht auf einmal habe ich titten weiblich das ist auch egal die arbeit ruft der cheffe hat uns wieder die tour gegeben vom zentralbahnhof zum flug aber das ist ein richtiger abfuck die kein schweifel die fahren die scheiße also wer wo sie fahren bin zwar übelst dicht aber ist scheißegal also machen wir jetzt hier die scheiße auf oh schönes wetter super die fegel zwitschern sieht doch erstmal ganz in ordnung aus also geht denn das hier nochmal ich kann denn das über nacht vergessen so entsperren entsperren mache auf so sind wir schon mal drin hier in dem puff so gucken wo kotzklecken sind von letzter fahrt ne sieht gut aus so können wir eigentlich ja warte mal muss ich das jetzt hier noch entsperren ja klar entsperren entsperren dann setzen wir uns mal hin auf den drohen hier aber die tür kann zu ja voila hier hinten funktioniert funktioniert super dann können wir mal hier den motor anmachen so gut schalten wir mal auf vorwärts was mit licht fährt nicht brauchen wir nicht so ist schicker eigentlich oder ich lasse es mal an passagerabteil beleuchtung na das fällt dir noch um so ein alter sack auf die flasse da habe ich auch gebraucht drauf so handbremsen lösen oh es geht los oh man habe ich noch einsitzen so es ist erstmal hier zum centralbahnhof anfahren erwarten die säcke wahrscheinlich schon kann sie mal anhalten ich muss jetzt hier lang oh chic chic so ist fein schön bus fahren mal rutschi guck mal durch halte buch 4 alles klar guck guckt ihr das ne warte jetzt muss ich jetzt muss ich echt mal jetzt muss ich echt mal was sagen hier warte mal Leute 2 Personen mindestens nicht 4 und ihr kennt euch auch bestimmt alle nicht ja ja das kann es nicht sein guck dir an auch der alte sagt der ist dem scheißegal alter ist ihm einfach scheißegal das regt mich auf hier in der bevölkerung es wird was gesagt und es wird nicht gemacht und nur dass es klar ist die vordertür bleibt heute zu lass hier gehen rinnen mich anrotzen lassen aber kannst du knicken kannst du echt knicken hier rin soo schön hier sind ja gar nicht so viele ja wollte da vordere hier wird nicht heute nur hinten safety first ihr schrubben Das ist nicht meine Uhrzeit Ja meine auch nicht so Meine auch nicht Wollen wir mal was? Wir fahren jetzt durch die Walahai aus der Stadt hier raus zum Flughafen Jetzt fahren wir erstmal zur Kolbahnstraße Lass mal hier durch Mann Mann Mann, fahr doch mal Auch scheißegal wer hier vorher fahrt Na ja auch gut Dann kontrollieren wir mal die Fahrkarten Sag ich mal Gut Klar Ich bin ja allerartig heute Ah, hier bitte Vorfahrt alter, das ist was für Waschlampe Alter, einfach durch Hier durch die Olle da Halt's den Maul So Da 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 Das ist unsere erste Haltestelle Oh So, nur hinten, nur hinten Leute Das ist mir sonst so gefährlich Ich hätte ja abgeklebt Ja, aber ich hab kein Bun-Buy gehabt Gibt nur hinten Wollt ihr nicht? Wollt echt nicht Na dann weiter Wieso bald ist es Sonntag Wieso bald ist es Sonntag Tja, aber das vergisst man ja auch nicht Aber cool Ich blinke und er fährt trotzdem So ein Wichser Jetzt bieten wir raus Oh mein Gott, ich hab mein Flink an Alter Ich sag's es Die machen den ganzen Verkehr kaputt Musst du mal abschaffen Die Dreckdinger da Guck dir das an Nee, also echt Nicht Warte mal Hinten Soll ich schieben Oder was Steht ihr da einfach Anstatt weiter zu fahren Jetzt fahr Pilzkorb, Alter Steht ihr so dumm rum, Alter Was ist hier denn los? Ich fahr jetzt hier durch Kacklappen, ey So Was, wenn ich hier mal ne halbe Stunde stehen Wisst ihr wie sich das anfühlt? Danke 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 Kommen sie rinnen Kommen sie rinnen Kommen sie rinnen Ich geh raus Oh, nee Abstand Abstand bitte 1,5 Meter Mindestens Ich halte Sack schon wieder nach Okay Ich hab jetzt meine Gummihandschuhe Jetzt gucken wir mal hier Habt ihr auch alle ne Fahrkarte? Ja, bitte Was? Was? Achso, hier Was? Achso, hier Ja, was, achso Was werde ich wohl von ihr wollen? Können wir weiter Können wir weiter Schöne Natur hier Bestfield Ja, sah schon wieder der Flexbus Passt aus Was? Olaf in Sunny Springs Oh, war genial Den ganzen Tag nur Sightseeing Stopp Nächster Halt Westfield Wanderstiefelstraße Das ist genial, machen wir hier Perfekt geparkt Ja, wage ich doch Oh, wie will hier keiner rinnen Los hier, weil sind alle zu Hause, hm? So, ich hab hier leer gekauft So, ich hab hier leer gekauft Jetzt sitzt jetzt auch so scheiße den ganzen Tag nur Das ist es Ich hab hier Ich hab hier Ich hab hier Ich hab hier Es macht doch mal, Junge Alter. Alter. Schlecken jetzt hier. Fatsau, Omi, alter. Der 1's nicest der Busfahrer of the world. Tot sicher, noch nie ein Unfall gebaut. Mäht immer die Nerven. 1's nice. Schau, ich krieg bald Gehaltserhöhung und so. Fahr, ich fliegs los. Jetzt auf die Bahn. So, ich nehme mich durch den Ort. Zum Flughafen. Am Arsch der Welt. Da steht ein Flughafen auf einem Feld. Sehen Sie auf die Straße. Guck doch selber auf die Straße, alter. Frecks Bürgersteig, ey. Da, da, da. Muss einfach löppen, muss da. Da, 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 da. Oder was? Ich hab nix gehört. War das gut? Der hat nen Kickstart gemacht. 1's nicer Busfahrer. Wir fahren von A nach B und C und Y nach B. Und jetzt mal Real Talk, ne? Ich hab richtig Durchfall. Der ist noch gelb. Also, ich meinte die Ampel. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Mautzi hat gestern einen Fisch gepackt. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Akram. Mautzi. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Das war's. Das ist nicht meine Uhrzeit. Das ist nicht meine Uhrzeit. Bitte schneller. Sie versperren die Tür. Bitte versperren die Tür. Sie versperren die Tür, man. Zu fett. ist da gehst du jetzt da weg ist ich sagte hier schon wieder drei personen das kann einfach nicht wahr sein zu früh ich geb dir zu früh Alter ich geb dir zu früh fährt eh kein schwein mit dem bus hier naja stinken hier so musst du mal waschen Junge da 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 das neuser busfahrer eins neuser busfahrer Wir sind die coolsten, wenn wir Qs, wenn wir durch die Zendie küsst Wir sind bald da, oder auch nicht, diese Antwort steht im Licht, und die Mikrolegs helfen ein wenig, ich krieg die Gicht in meinem Gesicht Einst nicer Busfahrer Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein Glas und Hand und Wind und Pits Die haben Bärte, die haben Bärte Die haben Bärte, die fahren mit Hala Wir sind echt ein bisschen zu früh, also sieben Minuten zu früh ist schon hart, ne? Schlech mal vor, kommt jetzt die Oma Erna? Oh, oma ein bisschen Luft, ey, Abstand bitte Kommt die Oma Erna hier so, warte Guck dir so angetuckert so Oh, ich bin so alt und ich geh am Stock, oh Gucken wir mal wann der Bus kommt Oh, der Bus kommt in 5 Minuten Oder nicht so Da nicht so Ah, I give a fuck 6 Minuten zu früh Moment, wo ist mein Hut hin? Und die Oma Erna so Warum kommt der denn nicht? Bitte alle ausschneiden Das müssen Männer mit Bärten sein Harte Zeiten, oder? Zeh Minuten zu früh Zeh Minuten zu früh Zeh Minuten zu früh Das ist doch zu früh als zu spät, he? Heißt das doch immer Da halten wir uns halt einfach dran, he? Oh, wir sind schon da am Flughafen Endhaltestelle, a la War aber auch ein harter Tag heute Erstmal gleich Kaffee trinken gehen Und ich nur muss in die Schüssel drücken Und dann läuft der Laden Wollen wir mal öfters mal so eine kleine Station So eine kleine Strecke Bus fahren wollen Dann müsste man jetzt aber Wirklich mal so einen Daumen nach oben da Damit ich sehe, okay Wir sind genauso kaputt wie der Junge hier Und wir wollen das sehen Oder hören Oder einfach nur hinter uns bringen Und dann muss er einen Daumen nach oben machen, he? Ansonsten fahre ich immer nur noch für mich Bus Dann habt ihr einfach mal gelitten So, wir sind da Flughafen, ah ja Wau aaaaah Wau aaaaah Wau aah Oh, soll man mit meinen? Sag mal, aber Alte Buch Zwei Nächster Halt, nächster Halt Flughafen Endstation Bitte alle aussteigen Ihr habt es gehört, raus mit euch, ihr verseuchten, alten, seuchtenlappen, Kinder. Zeig mal deine Fahrtkarte, wenn ihr den Scheiß geht. Tschüss. Ja, tschüss, oh tschüss, auf Wiedersehen. Ja, du, auf, du alter Sack, raus. Oh, du, auf. Mal sehen, ob die Scheiße hinterlassen haben. Sieht sauber aus. Oh! Wer hat den Kaffeebecher da liegen lassen? Lass sie zurückkommen, sofort. Sofort, hab ich gesagt. Wer war das? Ja, wenn ich mir das hier alles so angucke, ne? Macht sich keiner ne Platte um die Scheiße, ne? I don't give a fuck. Die Fahrreisen, ja, bestimmt aus China hier, ne? Komm, Hanna, wir müssen weg hier. Schnell weg hier. Wo es ist leer? Scheiß Kaffeebecher, Alter. So, weg damit. Für alle. So, schnell zu. Jetzt ist immer safe. Jetzt sind wir safe. Jetzt müssen wir schnell zurück hier. Zurück den Bunker. Wo ist der nächste Bunker? Ja, ich weiß es gar nicht. Wir haben jetzt keinen mehr, der guckt dabei. Du, 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 du das tut mir leid leute ist noch der rest alkohol geht einfach zu fuß einmal zu fuß kommen wir durch die kathina auch viel spaß noch mit dem bus ich laufe hier um da wächst raps und weizen drumherum und ich laufe in den sonnenuntergang ich glaube ich suche mir einen anderen job vor demnächst mal trottmann ekw ist doch die geiler oder bei mcdonald's an der kasse fassen wir auch gar nicht an wo machen wir das eigentlich warum tun wir uns das eigentlich an bezahlung ist scheiße kaum passagiere alle stecken sich an da laufen wir jetzt einfach zurück ich habe zwar keine rahmen durch ihren lauf aber es wird schön